Wir sind unterwegs von Bremen nach Berlin. Das sind so rund 400 Kilometer und nach 2 Stunden 45 sind wir hier in Wolin angekommen und laden hier an Aral Puls. Immer eine sichere Bank hier entlang der Autobahn, also auch direkt an der A2. Und normalerweise werden wir immer in Hohen-Bars-Leben rausgefahren, beziehungsweise Irks-Leben an den Supercharger. Aber da hatten wir noch 40% im Akku mit dem neuen Model Y und das ist natürlich viel zu viel. Jetzt haben wir 20% und die Ladung läuft hoch mit bis zu 175 kW. Das ist echt cool und eigentlich hätten wir sogar durchfahren können nach Berlin, also die 400 Kilometer. Das ist echt der Wahnsinn, wie effizient dieses Model Y 2022 mittlerweile ist. Und ich kann nicht nur sagen, so macht Elektromobilität Spaß. Es ist im Prinzip ja gar kein Umstand mehr, nach 300 Kilometern mal für 20 Minuten rauszufahren. Also Elektromobilität ist im Prinzip komplett angekommen. Vor allem, wenn man sich das hier anschaut, an der Aral Tankstelle direkt an der A2. So muss das sein.